Die Regierung beschließt nun das Maßnahmenpaket verschärftes Asylrecht, Waffenrecht. Wollen wir das mal ein bisschen beleuchten, was dahinter steckt? Wie bewerten Sie diesen Beschluss? Der Druck auf die Politik ist enorm gestiegen durch das Attentat von Solingen. Damit ist die Migrationskrise das zentrale Thema in den Wahlkämpfen, in den Ostwahlkämpfen. Dort stehen alle Ampelparteien unwahrscheinlich unter Druck. Die AfD steigt. Das BSW hat wahnsinnig hohe Umfragewerte. Und theoretisch kann sowohl in Thüringen als auch in Sachsen die AfD stärkste Partei werden. Und deshalb hat die Berliner Politik dann angefangen, sehr hektisch Maßnahmenpakete zusammenzubauen. Und Friedrich Merz hat dann als CDU-Vorsitzender auch noch versucht, die Ampel vor sich herzutreiben, was ihm eine Zeit lang ganz gut gelungen ist, weil Friedrich Merz auch ein Interesse hat. Sein Plan ist es eigentlich, dass er sich nach den Ostwahlen als Unionskanzlerkandidat ausruft. Das kann aber dann nicht mehr funktionieren, wenn die AfD die CDU in beiden Ländern überholt, weil spätestens dann CSU-Chef Markus Söder sagen wird, naja, Friedrich Merz, die Strategie von dir ist wohl nicht aufgegangen. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber über Friedrich Merz und auch seine Reaktion auf das Paket. Aber Sie haben gerade schon gesagt, in der Hektik passieren oft Fehler, also mir zumindest, sage ich mal so. Das ging jetzt schon ganz schön schnell. Aufgrund der Landtagswahlen, was Sie gerade schon erwähnten, vielleicht auch diese Hektik begründet. Wurde alles richtig gemacht oder sind Fehler gemacht worden? Das kann man im Moment noch nicht erkennen. Das muss alles noch mal genau geprüft werden, ob auch irgendwo nachgeschärft werden muss. Und es ist ja immer noch so, eine Regierung beschließt ja keine Gesetze. Das heißt, das muss alles auch noch durch den Bundestag. Und zum Beispiel kündigt ja jetzt schon der SPD-Innen-Experte Fiedler an, dass er denn an der einen oder anderen Stelle noch nachschärfen und verbessern will, weil es eben auch in der Ampel bei der Migrationspolitik weiter Streit gibt. Die FDP ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Ermittlungsbefugnisse für die Polizei geht. Zum Beispiel bremst sie weiter aus, dass IP-Adressen gespeichert werden. Das heißt, dass die Polizei eben sehr viel leichter und schneller eben ermitteln kann, wer steckt denn hinter dem Computer oder dem Handy, das in einem islamistischen Chat zum Beispiel unterwegs war. Und die Grünen sind bei Einschränkungen von Asylleistungen und Abschiebungen eben auch sehr viel zögerlicher. Sie haben es gerade auch schon erwähnt, die Regierung, die Ampel, besonders der Kanzler von Friedrich Merz, angetrieben in der vergangenen Woche. Was sagt denn die Union jetzt? Die Union sendet unterschiedliche Signale. Was ein bisschen auffällig ist, dass auch CSU und CDU sich immer ein bisschen anders positionieren. Als erstes war auffällig, nachdem Friedrich Merz eine nationale Notlage ausrufen wollte, haben seine CDU-Ministerpräsidenten doch sehr, sehr laut geschwiegen, weil die sehr schlecht sagen können, ach, übrigens nationale Notlage ist auch in meinem Land. Ich glaube nicht, dass Markus Söder für sich akzeptieren würde, dass in Bayern gerade eine Notlage herrscht. Ähnliches gilt für Hendrik Wüst, einem der schärfsten Konkurrenten von Friedrich Merz. Der hat allerdings auch das Problem, dass eben seine Behörden den Attentäter, obwohl er hätte ausgewiesen werden können, eben nicht abgeschoben haben. Und dann gibt es jetzt auch innerhalb der Unionsfraktion unterschiedliche Bewertungen. Während der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt mal gleich vorpreschte und sagte, dass diese Gespräche, die in der nächsten Woche zwischen Union, Bund und Ländern laufen sollen, doch eigentlich reine Zeitverschwendung sind, hat es die CDU erst wieder begrüßt. Und dann gestern bei der Bewertung des Maßnahmenkatalogs war plötzlich die CDU sehr viel kritischer als die CSU. Zwei Dinge noch, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, Frau Hellemann. Heute früh ein Flieger von Leipzig nach Kabul mit 28 afghanischen Straftätern, die abgeschoben wurden, werden nach Afghanistan. Afghanistan steckt auch viel Symbolik in dieser Nachricht, im Schatten der Ereignisse. Aber wieso ist das auf einmal möglich? Möglich wurde es nach dem Anschlag von Mannheim. Der ist ja ungefähr zwei Monate her. Da hat der Kanzler in einer Regierungserklärung dann verkündet, dass ab jetzt auch Gefährder und Straftäter nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden sollen. Bis dahin gab es einen totalen Stopp. Auf den haben vor allen Dingen die Grünen gedrängt. Das sollte dann aufgeweicht werden. Und dann hat die Regierung angefangen, hinter den Kulissen eben sehr intensiv daran zu arbeiten, dass das klappt, weil es immer das Ziel war, dass man das noch vor den Ostwahlen schafft, um als Symbol den ersten Flieger hochgehen zu lassen. Da es keine Kontakte zur Taliban-Regierung gibt, die ein Terroristenregime ist, und was auch die Grünen und Annalena Baerbock als Außenministerin komplett ablehnen, dass mit den Taliban direkt verhandelt wird, musste der Umweg gegangen werden, damit eben Anrainerstaaten helfen. Oder in diesem Fall war es eben Katar, die Kontakte eben zum Taliban-Regime haben und dann als Vermittler sozusagen geholfen haben, damit die Bundesregierung nicht selbst mit Terroristen verhandelt. Frau Leibmann, zum Schluss noch mit Bitte um kurze Antwort, was bei Ihnen in Ihrem Medium bei der BILD zu lesen war. Wir sprechen noch ein bisschen über die Ampel, das Innenleben. Man hört nämlich, dass das traditionelle Treffen in Meseberg abgesagt wurde. Was steckt denn dahinter? Also die Ampel hat erstens erkannt, dass das jetzt überhaupt gar keinen Sinn macht, nach einer Landtagswahl am Sonntag, wo wahrscheinlich alle drei Ampelparteien sehr abgestraft werden, ein Treffen zu machen mit einer Friede, Freude, Pressekonferenz. Dann sind diese Treffen immer so, das sind keine tatsächlichen Krisentreffen, wo die dringendsten Probleme gelöst werden, sondern es wird immer ein überbordendes Thema gesucht. Das heißt, man steht damit in einer solch unruhigen Lage eigentlich komplett quer im Stall und die Bürger fragen sich, was soll das? Warum macht ihr das? Warum kümmert ihr euch jetzt nicht um Migration? Warum redet ihr meinetwegen über KI oder irgendwas anderes? Und außerdem, nach all dem Streit, und der Frieden hält ja nie lange an, ist auch vielen einfach die Lust vergangen, da wieder das übliche Ampeltheater zu machen. Wir saßen zusammen, die Stimmung war gut, wir verstehen es doch eigentlich gut, jetzt soll alles besser werden. Und dann geht eben nach ein bis zwei Tagen später der Streit wieder los und irgendeiner fängt an, dem anderen Ampelpartner doch wieder vor Schienenbein zu treten. Einschätzung, Einordnung in Phoenix nachgefragt von Angelika Hellemann. Danke für das Gespräch und Grüße in die Hauptstadt. Sehr gerne.